Jetzt kommt Jade Butterfield und ihr neuer Freund. Gebt ihm die Hand, aber nicht eure Schlüssel. David! Yeah, David! Okay. Ja, ich bin ja, ich bin ja. Meine erste Liebe war absolut unglaublich. Ein hübsches Mädchen mit so viel Kohle? Kannst du voll vergessen. In den letzten zwei Jahren hat sie nur gelernt. Entschuldigt mich. Kommst du mit? Ihr klaut sein Auto? Wir bogen es aus. Komm gleich los. All I want is nothing more. David, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Ich brauche nicht viel. Nur ein nettes Mädchen, das auf mich wartet. Hi. Natürlich muss es die Richtige sein. Das war ja eine bühnenreife Show beim Abendessen. Du bist nicht gut genug für sie. Ich habe großen Respekt vor ihrer Tochter, Sir. Sie ist einfach unglaublich. Ich will dich schon seit der 10. Klasse küssen. Früher hätte sie sich niemals so verhalten. Hast du dich nie gefragt, wieso sie sich lieber verkriecht, als Erfahrungen zu sammeln? Das ist perfekt. Ich habe noch nie solche Gefühle gehabt. Ich habe das Gefühl, sie verbergen irgendwas. Oder irre ich mich da? Das ist schon ewig her. Du schnüffelst in seiner Vergangenheit? David ist kein Krimineller. Wieso solltest du das verheimlichen? Liebst du dieses Mädchen? Ja. Dann musst du um sie kämpfen. Meiner Familie konntest du was vormachen. Mir nicht. Ich habe dich gewahrt. Ich liebe ihn, aber... Ich weiß, ich bin nicht gut genug für dich. Aber ich kann mein Leben nicht verschwenden, um dir was anderes zu beweisen. Ewig!